So, wie ihr im Titel sehen konntet, Freak & Expert soll angeblich wieder zurückkommen. Wir werden einfach mal gucken, was da in Zukunft so passiert. Aber auch ich bin wieder zurück, hab mal eine kurze Woche Pause gemacht. Weil ihr wisst selber, man kann nicht jeden Tag nur spielen. Irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, dann muss man einfach eine kleine Pause machen. Aber ich sag jetzt schon, ich steame nicht auf YouTube, sondern auf Twitch. Der Titel, ach, der Titel sah ich schon, der Link dazu ist natürlich in der Beschreibung. Also einfach Beschreibung abchecken oder halt auf Twitch gehen, einfach yt-familyhack. Da ist halt mein Kanal, ist auch dasselbe Logo. Also wenn ihr Bock habt mitzuleveln, einfach vorbeischauen. Und ich würde dann sagen, bis gleich, hier noch der aktuelle Shop. Money ist ja natürlich schon in meinem Besitz, dank Zampal. Gruß geht da an der Stelle raus. Dann bei dem Skin ist ein neuer Stil-Vorschau. Beziehungsweise ist ein komplett neuer Stil. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wie gesagt, wenn ihr auf Twitch vorbeischauen wollt, würde mich natürlich sehr freuen. Ihr seht unten recht, Zuschauerrekord ist 17 bei Twitch. Vielleicht könnt ihr mir da helfen, dass wir da eventuell sogar die 20 vollkriegen. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Und was den Weekend Expert betrifft, ist kein Clickbait. In dem Sinne, ist einfach nur eine kleine Info. Ich würde sagen, es sind einfach wieder nur unnötige Leaks. Weil derzeit in 4thand nicht viel passiert. Aus dem Grund wird einfach gesagt, ja, Weekend Expert kommt zurück. Ist Clickbait hochhaft in meinen Augen. Aber wir müssen erstmal gucken, ob da eventuell was ansteht. Aber ich glaube nicht, dass die hingehen und bringen den Skin wieder zurück. Also in dem Sinne, bis gleich. Bis zum nächsten Mal.